so ja ich denke mal bwl ist interessanter oder was meint ihr ja ich denke mal schon für viele boss ist einfach kacke mit dem mit dem man control und so weiter wir haben dasselbe setup was wir auch für akku oder für bwl nutzen was macht keinen unterschied wir sind 16 man das reicht aus für die twins das reicht aus für komagos das mal wie viel noch drei sekunden ich mache mal ein ready check annehmen ist akku 40 ablehnen ist bwl mehrheit entscheidet ich bin nach mc hier raus weil ich auf lehrgang bin und morgen früh raus muss okay acht ablehnen hatte ich bwl gesagt oder ja gut dann machen wir bw ja 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 ich habe ich habe ja ja ich denke ich der ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr oh gott Smogul, ey. Mit seinen 7K. Smogul, ey.